Moin Moin und Willkommen zurück zu einem neuen BGG No Shipping Auktion Video. Ihr habt vielleicht schon mein Kaufen Video gesehen, jetzt geht es ans Verkaufen. Auch wenn ihr nur Interesse habt am Verkaufen, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch vorher das Kaufen Video einmal anschaut, damit ihr da halt auch die Infos habt, wie es halt von der anderen Seite läuft. So, das erste ist halt wieder genau das gleiche. Ihr braucht einen BGG Account. Und dann müsst ihr die No Shipping Auktion List finden. Da schreibe ich euch wieder Link in die Videobeschreibung oder könnt es halt googeln. Und dann seid ihr hier auf der Liste. So, dann sieht man schon hier, wie die anderen das so gemacht haben, was sie so beschrieben haben, was so mit rein muss. Und das steht halt auch unten alles genau mit drauf. Ich zeige euch aber gleich ein Tool, das euch das erleichtert. Wir gehen dann später die Regeln nochmal durch. So, das heißt, wenn ich jetzt hier was machen möchte oder was einstellen möchte, was ich halt verkaufen möchte auf der Messe Essen, dann gehe ich hier auf diese Auction List Entry Tool. Das ist momentan in der Beta Version. Das ist noch die Essen Liste. Also wundert euch da nicht, dass ihr das da machen müsst. Funktioniert aber gerade genauso gut. So, und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr hier hin. Sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus. Das heißt, ich möchte auf In-Essen was verkaufen. Nicht wundern, Essen 2020 Test Test. Ist ein bisschen merkwürdig. So, dann könnt ihr halt anklicken, oder ich würde halt als erstes anklicken, wann ihr da seid. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ich bin nur Donnerstag da. So, dann gebt ihr hier automatisch an, wo ihr euch treffen könnt. Das ist halt dieser General Mass Trade Spot, der halt von der Messe vorgegeben ist. Normalerweise ist das immer um 12. Das kann ich jetzt hier nicht anders beschreiben. Ich kann das aber nachher editieren, zeige ich euch dann auch noch. Aber ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn ihr einen Buß habt, dass ihr, oder am Buß arbeitet, dass ihr halt am Buß da seid und dass da abgeholt werden kann. So, was mache ich jetzt als erstes? Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe hier ein Yomi, das will ich verkaufen. Und dann gebe ich das erstmal ein und dann würde er hier anfangen, mir das zu zeigen. So, das heißt, bei Yomi gibt es eine ganze Menge. Dann muss ich nur gucken, dass ich das Richtige anklicke. Muss halt gucken, habe ich die erste oder habe ich die zweite Edition. Das heißt, ich klicke das jetzt hier erstmal an. Und dann Titel Yomi, Condition New. So, dann ist wichtig die Version, weil es da halt relativ viele gibt. Also, man sieht schon, sonstige, da sehe ich dann auch gleich, dass ich halt das falsch angeklickt habe. Das heißt, ich mische, mische. Ich schreibe das halt nochmal. Yomi, da habe ich wohl doch die second edition. So, und dann gucke ich mal, ob es da eine Version gibt. Das heißt, Englisch, 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 Englisch. Dann ist es hier die German Edition. So, dann klicke ich mal ein. Und dann kann man hier unten schon sehen, ist das das richtige Bild, was ich habe? Ja, nein. Und dann kann man halt nochmal ändern, wenn man halt sagt, so, nee, das ist irgendwie doch nicht das, was ich suche. Bei Yomi sehe ich, ist es gerade halt ein bisschen verwirrend hier, weil da so viele hintereinander sind. Aber im Prinzip klickt man sich ja halt auch nur durch. Hätte man besser vorbereiten können. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, sucht euch hier das Richtige raus. Ich gehe jetzt einfach mal mit der. So, dann Condition. Dann würde ich sagen, es ist, ne, ihr könnt euch das auch durchlesen, wie hier steht. Also, New ist halt ein Schwing. Like New ist halt wirklich überhaupt nichts. Also, das würdet ihr halt auch verschenken. Very Good ist zum Beispiel, wenn es gespielt würde. Und dann könnt ihr das reinmachen. Dann ist noch ganz interessant, dass ihr halt Included Expansion habt. Das heißt, ihr könnt hier da reinklicken. Und da sucht ihr euch halt gleich Expansions raus. Kann sein, dass ihr nicht alle gespeichert habt. Gespeichert? Oh Gott. Das ist schlimm heute, merkt ihr selber, ne? Kann sein, dass ihr nicht alle gespeichert habt. Das könnt ihr aber später noch nachtragen. Das ist ja nur ein Tool, was euch hilft. Sweeteners. Sweeteners, es folgt, ihr gebt irgendeinen Stuff noch dazu. Wenn ihr halt irgendwie was Kleines habt, dann kann halt irgendwas, was weiß ich, ich gebe euch noch Würfel dazu. Oder die Karten sind in den Sleeves. Das wäre zum Beispiel auch so ein Sweetener. Dann könnt ihr das da reinschreiben. Oder was weiß ich, ihr kriegt eine Meerschweinchen-Sara-Malt-Promo dazu. Das wäre halt ein Sweetener. Dann könnt ihr noch Additional Information machen. Zum Beispiel, was weiß ich, die Kondition von dem Spiel ist halt very good. Aber eine Karte ist zum Beispiel eingerissen. Das würde dann halt hier noch stehen. Dann könnt ihr noch Additional Images machen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, die Karte ist hier eingerissen, dann könnte ich hier noch ein Foto davon hochladen. So, das müsste eigentlich, das heißt, ihr müsstet bei BoardGameGeek, gibt es ja auch immer so eine Fotofunktion, da könnt ihr die dann hochladen und dann müsst ihr da die Image-ID reintragen. Muss nicht sein, könnt ihr machen. Also wenn ihr schon mal irgendwie Bilder bei BGG hochgeladen habt, dann wisst ihr, wie es geht. Dann halt euer Asking-Price. Das heißt, wo startet halt die Auktion? Da könnt ihr halt ganz normal 1 Euro machen. Wenn es halt was Größeres ist, dann würde ich halt immer sagen, okay, was ist halt der geringste Preis, für den ihr es weggeben würdet. Also könnt ihr dann auch 40 machen. Ihr könnt auch 400 Euro machen. Das ist halt völlig frei. Da kommen jetzt irgendwie keine Extrakosten wie bei Ebay auf euch zu, dass ihr da irgendwas bezahlen müsst. Im Standard würde ich sagen 1. Dann werdet ihr gefragt nach Buy-it-now. Buy-it-now ist der Sofortkaufpreis. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, 5 Euro reicht mir. Das heißt, wenn einer 5 Euro bietet, mache ich die Auktion sofort zu. Das ist in trockenen Tüchern und dann findet das statt. Dann müsst ihr Payment eingeben. Ich mache halt meistens Cash at Handover. Also, dass sie halt das Cash bezahlen können. Oder Pay, man sollte tippen können. Paypal in advance. So, dann könnt ihr halt das. Also, ich gebe halt die Möglichkeit, meistens bezahlen die Leute das Bar. Aber sie können es halt davor bei Paypal bezahlen. Dann haben sie halt den Trouble nicht in der Messe. So, dann müsst ihr halt angeben, wann die Auktion enden soll. Das heißt, ihr habt hier den schönen Kalender. Das heißt, wir gehen mal zu Oktober. Die Messe startet ja am 14. Das heißt, ihr solltet es ungefähr in der Woche davor enden lassen. Ihr müsst halt auch denken, manche Leute haben halt eine größere Anreise. Wenn ihr Amerikaner habt oder irgendwie Asiaten, die halt meistens ein bisschen früher fliegen, dann würde ich halt das früher beenden. Die meisten Auktionen enden hier auf diesen drei Tagen. So, und ich mache dieses Jahr, habe ich halt den neunten angegeben. Und dann könnt ihr noch eine Endzeit angeben. Vom Simulator zur Random Time angegeben, würde ich euch auch immer empfehlen. Das verhindert halt das Sniping, das halt alle bis fünf Minuten vorher warten und dann halt bieten. Und das macht halt auch die Verwirrung weg, wenn es um Timezones geht. Weil wenn ich jetzt hier irgendwie 12 PM hinschreiben würde, in welcher Zeitzone? Also, man könnte jetzt sagen, okay, die deutsche Zeitzone oder was auch immer. Das heißt, man müsste hier relativ genau sein und müsste halt schreiben, GMT ist meine Zeitzone, 12 PM oder was auch immer. Gibt es auch manchmal, aber ich lasse das immer in Random Time, weil ich das ganz gut finde. Dann können die Leute am neunten noch ganz in Ruhe bieten. Und dann mache ich die am zehnten alle zu. Jetzt sagt der so, ja, aber dann mach das doch, schreib doch am zehnten. Ich will halt die Amerikaner mal noch mit dabei haben. Die sind halt bis zu neun Stunden zurück. Und wenn ich halt Samstagmorgen die Sachen schließe, dann ist bei denen halt noch, ne? Ja, Sonntagmorgen die Sachen schließe, ist halt bei denen noch Samstag. Dann könnt ihr noch Additional Informations reinmachen. Alles Mögliche. Und dann seht ihr hier unten, wie das dann später aussehen könnte. So, und das ist halt dieses Health Tool. Und dann zeige ich euch mal, wie man das einstellt. Weil normalerweise ist es halt so, ihr geht halt hin und geht hier nach unten, bei diesem ersten Header, wo euch das alles vorgestellt wird. Und dann macht ihr Add Alte. Also ihr macht ein Board Game. Und dann sieht das normalerweise so aus. Das heißt, ihr müsst das, was vorgegeben ist, das gehen wir nachher auch noch durch, normalerweise händisch eintragen. Aber durch dieses schöne Tool müsst ihr das nicht machen. Das heißt, er gibt mir hier eine Board Game ID raus. Die kann ich mir kopieren. Und dann trage ich sie hier ein. Wichtig ist, ihr müsst hier einmal Enter drücken. Und dann das Spiel anklicken. Weil sonst übernimmt er das nicht. So, dann holt er sich schon ein Bild. Das wäre jetzt nicht das Bild, was ich haben wollen würde. Ich möchte dieses Bild haben. Das heißt, ihr könnt das dann auch schon raussuchen. Das ist halt auch immer wichtig, dass ihr so Bilder und so korrekt habt. Das hilft dann meistens auch bei der Editionssuche und so, dass das dann wirklich so aussieht, wie es aussehen soll. Genauso würde es jetzt halt aussehen. Da sieht man halt die Vorlage. Das ist das, was ich haben möchte. So, und dann könnt ihr hier hingehen. Und ihr seht, so würde es aussehen. Dann können wir, das ist die Preview-Version. Dann könnt ihr die Text-Version nehmen. Dann könnt ihr das kopieren. Ihr könnt gucken, ob das bei euch bei Copy Text funktioniert. Bei mir funktioniert das aus irgendwelchen Gründen nicht. Das heißt, ich kopiere mir hier alles sorgsab raus. Schreibe Kopieren. Und mache das hier rein. So. Dann kann ich auf Preview-Version gehen. Dann kann ich gucken, ob es genauso aussieht. Und hier kann ich dann halt auch noch Sachen verändern. Wie jetzt mit dem General Mass Trade Spot. Das konnte ich ja nicht verändern. Das heißt, ich gehe hier hin. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn ihr euch so mit Forum Speak nicht so ganz auskennt. Aber sucht einfach hier Around 15 Clock. Dann macht ihr 12 draus. Und hier ist noch wichtig, Present at Essen. Das ist nicht ganz so wichtig. Ihr seht, dass das relativ viel, dass das so eine Folge viel leistet, weil es halt noch die Test-Version von 20 ist. Könnt ihr es einfach auf 21 erinnern. Ist jetzt aber nicht wichtig. Also ihr seht, dass da auch öfter stehen, dass die Leute Present 2020 haben. Logischerweise. Das ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Wisst ihr ja. Ist nicht schlimm, aber ich mache das immer ganz nett. So, dann könnt ihr nochmal auf Preview klicken. Und dann habt ihr hier das Item. Das heißt, ich gucke alles nochmal durch. Sieht gut aus. German Pegasus Edition. Bla bla bla. Eins. Bin fünf. Cash at Handover. Peppermin. Das ist alles zufriedenstellend. Dann würde ich das einstellen. Da würde ich dann halt noch, wie gesagt, das hier anklippen. Das heißt, ich subscribe als Einsteller selber zu diesem Item. Das heißt, ich kriege Informationen, sobald da etwas geschrieben wird. Das ist dann hier oben dieses Mikrofon, also nicht diese Message. Ich weiß nicht, wie ihr eure Geek-Mails weitergeleitet habt. Ich kriege normalerweise immer eine E-Mail, wenn ich eine Geek-Mail bekomme. Das kann man einstellen. Davon kriegt ihr halt keine Message. Das heißt, ihr solltet schon dann die Tage, also einmal am Tag, wenn ihr was einstellt, solltet ihr halt online sein, damit ihr das halt seht. Weil manchmal werden auch Fragen gestellt. Wichtig. To just this Geek-List-Item, weil wenn ihr halt das obere macht, dann subscribt ihr zu jedem Item. Das heißt, wenn in diesem später 200 Seiten langen Thread einer irgendwie was bietet, dann kriegt ihr halt jedes Mal so eine Message, dann explodiert euer Mikrofon einfach weg. So, das ist nicht wichtig. Das heißt, ihr könnt das hier machen und dann könnt ihr machen Save. Dann seht ihr, ich bin auf 21, das Geek-Item ist jetzt online. Ab jetzt kann halt drauf geboten werden und dann kommen hier halt die Gebote rein oder halt auch nicht. Es kann halt auch sein, dass es ohne Gebote ausläuft. Wir gehen jetzt nochmal kurz zu den Regeln, damit ihr die seht und dann erkläre ich euch nochmal, was ihr dann zum Schluss machen würdet. So, das heißt, die Regeln sind wie bei dem Kaufen auch, beim Verkaufen auch unten. Da müsst ihr dann halt gucken. Das Wichtigste ist halt, wenn ihr verkauft, es geht halt trotzdem durch BGG. Normalerweise gibt es ja bei BGG den Marketplace. Wenn ihr da was verkauft, gehen 3% Kommissionen an BGG. Das ist hier auch der Fall. Das ist so ein Ehrensystem. Das heißt, ihr könnt das so machen, dass ihr das Item später halt listet nach der Messe und halt die Leute nochmal anschreibt und sagt, könnt ihr einmal bitte auf Kaufen klicken, damit halt die Provision weggeht. Es gibt auch die Möglichkeit, was wir halt immer machen, dass wir halt alles zusammenrechnen. Das weiß ich, ich habe 150 was verkauft. Dann erstellt man halt irgendwo so ein Item und dann kann man halt bestimmte Administratoren anschreiben von BGG, die dann auf Kaufen klicken. Dann habt ihr das alles halt einmal abgehandelt und ihr kriegt halt die 3% Kommission. Ich muss mal gucken, ob es hier gerade steht. If you're missing, please. Also das gibt es ja auch irgendwo so einen Thread, dass das nochmal erklärt, welche man dann auch anschreiben kann. Ich gucke mal, ob es später noch kommt, weil das habe ich jetzt gerade nicht rausgesucht. Aber wie gesagt, das ist auch relativ einfach. Oder ihr schreibt halt einfach einen Freund an. Also von mir aus könnt ihr es halt auch so machen, wenn ihr halt irgendwie was verkauft, dann schreibt mich an mit dem Link und ich drücke dann halt einfach da drauf und dann reicht das halt schon, dass das halt in der BGG-Datenbank gespeichert wird. Können wir auch so machen. Müsst ihr nicht einen Administrator anschreiben. Dann ist halt als Regel, es muss halt ein Valid Item sein. Ihr habt das schon gesehen, ihr habt ein Board Game angeklickt. Also es ist irgendwie eine Kamera, Stativ oder so, das geht halt nicht dazu. Ihr könnt auch Accessoires machen, also sowas wie Playmats und so. Müsst ihr dann halt, wenn ihr das einstellt, dann halt auch da eingehen. Das ist dann alles ein bisschen schwieriger. Das wird jetzt für das Video zu lang, weil ich halt davon ausgehe, dass das ein kleiner Prozentteil ist. Sweet enough sind wir eben schon mal durchgegangen. Das heißt, da kann man dann halt auch Sachen dazu adden, die man halt möchte. Da kannst du halt auch wirklich irgendwie Würfel machen oder Sleeves oder was auch immer. Oder halt einfach Expansions oder andere Spiele, die ihr halt dabei habt. Da ist halt nochmal, dass die Games halt gelistet werden in Order, wie sie halt reingeschrieben wurden. Das heißt, es ist halt einfach durcheinander, außer ihr habt halt dieses Sorting-Tool, was ich euch beim Kaufen gezeigt habe. Dann gibt es noch Mass-Trade, den lassen wir hier aus. Man kann an beiden Sachen teilnehmen. Ich nehme immer nur an eineinhalb der Sache teil, finde ich halt fairer. Was da noch gesagt werden sollte zu, also ich finde, ich bin halt nicht Teil vom Mass-Trade, aber ich habe die Sachen meistens bei eBay Kleinanzeigen drin oder auch hier bei BGG Marketplace. Sobald halt ein Gebot auf das Spiel eingegangen ist, lösche ich das überall raus. Also finde ich halt einfach nur fair, weil ab dem Zeitpunkt ist es halt bindend. Und da nehme ich das halt überall raus, weil ab da wird halt geboten. So lange lasse ich es halt immer noch drin. Es kann auch sein, dass keiner drauf bietet. Aber würde ich halt auch so machen. Die One-Pager-Auction-List habe ich euch im Kauf gezeigt. Da könnt ihr da noch gucken. Aber it should be considered binding. Das heißt, das haben wir auch schon gemacht. Das heißt, das ist halt wichtig, wenn ihr Käufer seid. Noch als Regel ist, ihr müsst halt auch einen Starting-Price haben. Also es muss halt stehen, 1 Euro. Also nicht 0 Euro, weil dann kannst du 0 Euro bieten, sondern es sollte sein 1 Euro. Buy it now muss nicht sein. Könnt ihr machen. Die Reserves habe ich beim Kaufen schon drüber gesprochen. Ich würde es persönlich nicht machen. Startet einfach bei dem Preis, ab dem ihr das Spiel verkaufen würdet. Punkt. Fertig. Ihr solltet eure Currency als Euros wählen. Ist klar, ich denke nicht, dass einer von euch jetzt anfängt mit Yen oder so. Und das ist halt fürs Bieten, dass es halt volle Euros sind. Und es muss halt mindestens immer auch 1 Euro drüber sein. Also jetzt irgendwie... Es gibt manchmal auch Scherzkekse, die dann sagen, ja, der hat 2 Euro geboten, ich zieh mit mit 2 Euro. Also das geht halt nicht. So, dann die Item-Description muss halt akkurat sein. Also gebt euch die größte Mühe, das halt alles genau zu beschreiben. Und dann steht halt ganz wichtig, 5b, wenn ihr das halt nicht mit diesem Tool macht, der sucht euch das automatisch raus, dann müsst ihr das machen. So, das ist vorgegeben. Das heißt, wenn ihr dieses Auction-Tool hier nicht generieren wollt, sondern das halt normal reinschreibt, dann könnt ihr euch das auch rüberkopieren. Und dann könnt ihr das auch händisch eintragen, wenn ihr das Tool nicht mögt. Ich weiß nicht, warum ihr das Tool nicht nutzen solltet. Aber dann könnt ihr halt das machen. Und dann könnt ihr euch das alles einzeln raussuchen. Dann müsst ihr halt auch gucken mit der ID und mit dem Bild und so. Also das muss drin sein. Hier ist dann halt auch dieses Entry-Tool-List, was ich halt benutzt habe. So, dann haben wir Bedingung und Selling. Also das ist halt alles bindend, was man da macht. Man sollte niemals ein Item deleten. Also wenn ihr das Seller-Item verkauft, wenn da ein Sofortkauf ist und ihr habt ein Buy-it-now, also ein Sofortkauf, dann nicht das Item irgendwie deleten, weil dann findet euer Käufer das nicht mehr wieder, sondern dann müsst ihr es halt einfach editieren und dann so drüber schreiben. Und dann könnt ihr es strike-throughen. Das heißt, wir können das gleich machen. Dann zeige ich euch das auch nochmal. Das habe ich nicht beim Kaufen vergessen. Und dann habt ihr das auch so. Dann kann auch dieses One-Pager-Tool. Sieht dann halt auch, dass es verkauft ist. Das ist ganz cool. Wenn ihr verkauft, könnt ihr auch immer noch hier reingucken. Das sind Leute, die halt für Second-Hand-Games jagen, für bestimmte. Das ist meistens nicht so ganz viel, aber dann könnt ihr halt immer gucken. Also ich schaue da mal gerne rein. Da suchen dann Leute Expansions oder seltenere Sachen. Könnt ihr mal kurz gucken. Gehört aber eigentlich hier nicht zu. Meeting in Essen ist halt ganz klar. Das heißt, wenn dann die Auktion ausgelaufen ist, das heißt, ich habe jetzt hier den 10. Oktober. Die Messe findet statt. Ich sehe, mir hat halt irgendeiner geschrieben. Dann gehe ich halt hin und sage halt, Okay, wer hat als letztes geboten? Also hier ist in dem Fall noch keiner. Das heißt, ich würde das editen. Dann würde ich hier drauf gehen und würde sagen, ich strike das through. Wo ist das strike through? Da ist das strike through. So, dann ist diese Auktion jetzt beendet. Dann kann ich hier oben sold machen. Und ich mache dann meistens noch, zu wem ich es verkauft habe. Sold to xyz. So, dann gucken wir uns das in der Preview an. Dann würde mein Item jetzt so aussehen. Oder ich könnte dann auch noch dazu schreiben. Will contact you via geek mail. So, dann weiß derjenige halt auch gleich Bescheid. Da kommt natürlich noch ein L hin. Und so, Preview. Und dann würde ich das unten drunter als Kommentar, wo die Gebote sind, auch nochmal schreiben. Dass ich halt irgendwie nochmal schreibe, Sold, bla bla bla. Also genau das, was ich hier oben reingeschrieben habe, würde ich halt nochmal unten hinschreiben. Dann könnt ihr halt hingehen, könnt halt die Person anklicken. Und so schreibt der halt eine Geek-Mail. Und dann sage ich halt irgendwie, BGG, no shipping auction, yummy. So. Und dann würde ich halt sagen, hier, du hast das gewonnen. Da und da bin ich, zu der und der Zeit, wie ich beschrieben habe. Entschuldigung. Ihr müsst mir 5 Euro, oder zum Beispiel, es ist für 5 Euro weggegangen, ihr müsst mir 5 Euro bezahlen. Bring das bitte Cash mit. Oder wenn du das per Paypal bezahlen willst, dann schreib bitte noch einmal zurück. Ich sage dann meistens, dass ich das gut finden würde, wenn die Leute das passend dabei haben. Dann habe ich nicht so viel Kleingeld. Klappt manchmal, klappt manchmal auch nicht. Und dann sage ich immer zum Schluss noch, bitte einmal kurz Confirmation, dass ihr das bekommen habt und das alles in Ordnung ist. Dass ich einmal so eine Rückmeldung habe, dass die Leute das halt auch alles gecheckt haben und das mitbekommen haben. Klappt meistens, klappt nicht immer. Aber bis jetzt ist halt, wie gesagt, jeder aufgetaucht, was das angeht. So, dann hat er mich jetzt hier gekillt. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir aktualisieren das nochmal. Genau, da sind wir wieder. Ja, und das war es dann halt im Prinzip auch. Das heißt, ich kann das Item jetzt deleten, weil das ja auch nur ein Beispiel ist. Das heißt, schauen wir nochmal, ob wir hier zurückkommen, auf unsere Seite. Ja. Und, ja, dann sind wir bei den Regeln auch schon durch. Das ist dann alles, was ihr zum Verkauf eigentlich wissen solltet. Ihr müsst dann halt zu der geeinigten Zeit da sein oder das halt am Buß abgeben, wo auch immer euch geeinigt habt. Und wenn ihr Verkäufer seid, dann kann ich euch immer empfehlen, ein Namensschild dabei zu haben, also ein großes Schild, wo der Username draufsteht. Wir machen ja immer noch ganz gerne den Avatar dazu, dass man noch so, ja, ein bisschen das sehen kann. Man kann auch als Käufer selber so ein Schild dabei haben, aber meistens haben es nur die Verkäufer. Und dann kannst du halt, hingehen kannst halt dann zu dem Zeitpunkt, meistens halt der Mass-Trade-Spot und dann könnt ihr halt gucken, okay, da steht eine Trayer, bei der habe ich was gekauft. Dann kommt er zu mir hin, dann sagt er hier, 5 Euro, Yomi, ich bin der und der. Dann sagt man, ja, hier, klasse, überreicht sich das und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Wie gesagt, denkt hinterher dran, die 3%-Kommission gehören halt BGG, nicht vergessen, Ehrenbruder-Basis halt, ne. Und dann war es das und wie gesagt, wie ich beim Kaufmann auch schon gesagt habe, wir haben nur positive Erfahrungen gemacht, bisher sind auch alle aufgetaucht. Wir hatten einmal, dass ein Gebot kurz vorher zurückgezogen wurde, das war aber auch nur bei einem Item, der dann halt irgendwie, glaube ich, keinen Bock hatte, weil der hatte 20 Sachen bei uns ersteigert und ist halt bei allen überboten worden noch im letzten Moment und bei dem einen halt nicht. Und ich glaube, der war einfach ein bisschen sauer, weil der halt alles haben wollte. Und dann hat er einen Strike so gemacht, das ist das einzig Negativ, was jetzt war. Sonst sind halt wirklich immer alle Leute aufgetaucht, war auch immer alles korrekt, war auch immer alles da. Ist immer gut gelaufen, ich kann es halt wirklich nur empfehlen. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch weitergeholfen. Solltet ihr Fragen haben, dann bitte unter dieses Video kommentieren, mich nicht irgendwie anderweitig kontaktieren, weil ich halt denke, dass halt die gleichen Fragen halt aufpoppen könnten. Deswegen macht das dann bitte so. Dann viel Spaß beim Verkaufen, also packt eure Koffer auch auf dem Hinweg schön voll und dann sehen wir uns vielleicht in Essen. Macht's gut. Tschüss.